Ü-Lift bietet sichere Aufzüge und Rampen für Nutzfahrzeuge. Unsere Mission ist es, das Reisen für Menschen mit Behinderungen zugänglicher zu machen und das Arbeitsumfeld in Verkehrsbetrieben und Zügen für Fahrer und Bordpersonal zu verbessern. In über 50 Jahren haben wir große Erfahrungen in der Entwicklung und Produktion von elektrohydraulischen fahrzeugmontierten Produkten aufgebaut. Heute verfügen wir bei Ü-Lift über ein breites Sortiment an Aufzügen, Rampen und Luftfederungen für verschiedene Arten von Güter- und Personentransporten, Autos, Bussen und Zügen. Die meisten unserer Produkte sind dazu da, um den Alltag von Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu vereinfachen. Die gesamte Produktentwicklung ist auf innovative Lösungen konzentriert, bei denen die hohen Ansprüche des Anwenders hinsichtlich Funktion und Sicherheit im Fokus stehen. Unsere Produkte erfüllen alle Anforderungen des Marktes und der Behörden, sowohl national als auch international. Unsere Mitarbeiter sind hochkompetent und stark kundenfokussiert. Unser gut ausgebauter Service und unsere Aftermarket-Organisation garantieren, dass unsere Kunden jederzeit Unterstützung bekommen und nichts dem Zufall überlassen wird. Bei uns wird großen Wert darauf gelegt, Produkte stets termingerecht, in hoher Qualität und mit den richtigen Funktionen zu liefern. Wir arbeiten mit den großen Werkstätten in Schweden und weltweit zusammen, um sicherzustellen, dass Sie den benötigten Service von qualifizierten Technikern bekommen. Wir sind immer für Sie da, um Ihnen mit Ihren ganz spezifischen Bedürfnissen zu helfen. Wir bei uLift wollen das Reisen für alle zugänglich machen.